In der Willem-Galerie wird zukünftig alle Angebote um das Thema Wohnen in der Stadt Potsdam geben, also als Serviceanlaufpunkt hier in den neuen Räumlichkeiten. Und damit fallen ein paar Wege weg, der Weg weiter bis ins Rathaus, direkt am Knotenpunkt hier, aber auch die anderen Beratungsangebote, die bisher in der Yorkstraße waren, sind jetzt alle hier konzentriert oder einfach gesagt, wer zum Thema Wohnen in Potsdam Beratung braucht, der geht in die Willem-Galerie. Wir haben hier ein Beratungsbüro eröffnet, das in erster Linie sich darum kümmert, Menschen, die wohngeldberechtigt sind oder die vielleicht wohngeldberechtigt sind, zu beraten. Der erste Schritt ist also nach der Wohngeldreform darüber zu informieren, wer mit welchen Einkommensgrenzen kann, wie Wohngeld erhalten. Wir beraten, wir unterstützen bei der Antragstellung und im nächsten Schritt soll es hier Beratung geben, ganz um das Thema, rund um das Thema Wohnen.